Herr Hütter, ich habe Ihnen ja zugehört, bloß Ihre Abgrenzung war nur jene zu Neonazis, die Sie beschrieben haben, als die laufenden Führer hinterher und sind quasi in klassischen Annahme, das seien Skinheads und dergleichen mehr, auch noch gewalttätig. Sie haben bewusst eine Abgrenzung zu jenen Akteuren der neuen Rechten vermieden, die mit Ihnen zusammen eines der entscheidenden rechten Netzwerke in Deutschland bilden. Natürlich, Herr Hütter, sind denn Identitäre, die von Ihren Bundestagsabgeordneten beschäftigt werden, keine Rechtsextremen? Diese Frage sollten Sie sich stellen, wenn Sie rechtsextreme Netzwerke bekämpfen wollen.